Was ist ein Berg? Ein Berg ist ein Klotz, das erste Mal, aber nachher irgendwie auch ein kulturelles Volumen. Bei sich sein, das ist, was die Leute in den Bergen suchen, aber eben oft auch nicht finden. Für uns ist der Berg die Lebensgrundlage, der Wohlstand. Also eigentlich ist der Berg für uns alles. Ich habe jetzt überhaupt keine negativen Gefühle gegenüber dem Eiger. Julian ist dort halt tödlich verunglückt, aber da hat der Eiger keine Schuld. Ich habe mir ja irgendwann einmal die Aufgabe gestellt, den Berg aufzunehmen. Ich wollte den Berg nicht abtasten. Ich bin derjenige, der in den Welt, der glissement des Glaciers in der gesamten Jahr. Die Glaciers renden visibel, invisibel. Die Flechten und die Mose sind Überlebenskunstler. Die waren schon da, wo man eissitelt und die lachen fast über uns, die Pflanzen. Ich höre immer wieder den Vorwurf, wir seien gierig, wir hätten nie genug. Aber da geht es doch um die Zukunft. Die Mose sind über uns, die Mose sind. Ich habe viele schöne Räume von den Mose sind. Auch von den Mose sind. Denn die Mose sind auch sie sprechen. Alles ist, auch die Räume ist. Gli alberi, tutti.